Oh! Oh Marcel! Hey Marcel, was gibt's? Jo, Alter! Ich hab gehört, du bist schon wieder unterwegs oder was? Ja, ich flieg nach Prag hier. Bisschen Urlaub machen, dachte ich mir. Nach Prag? Ernsthaft? Äh, ne, wie heißt das Ding? Peru. Ja, Peru. Ach, schade. Ja, meine Mutter kommt nämlich aus Peru. Äh, da muss ich nämlich demnächst auch noch hin, also ich bin jetzt quasi gerade schon unterwegs. Ach, echt? Ich sitz gerade hier auch im Flieger. Du fliegst da hin? Okay. Ja. Also, ey, stell mal vor, wir sind im selben Flieger, Alter. Wieso fliegst du gerade auch? Ja, nicht im Flieger, Alter. Ich flieg in meinem Winter zum Wohnzimmer, Mann. Ey, kann das sein, dass wir im selben Flieger sind, Marcel? Ja, was, ey, was, ich komm mal. Ey, ich verzeih mich, wenn es teuer, Alter. Siehst du mich? Ey, geil, warte, ey. Ey, nehm mir jetzt vor, das kleine Kind, Mann. Ich weiß gar nicht, was das will. Alter, das schmutzt hier voll rum, ey, voll eklig. Ja, keine Ahnung, ey, ich schlag den Hammer jetzt mir richtig dran, ey. Nee, warte. Oh, fuck! Ah, scheiße! Marcel, Marcel, was los? Oh, fuck, ich glaub, ich hab Marcel! Ah, scheiße! Boah, der fliegt über mich hinweg, Alter! Marcel, ich hoffe, ich liebe dich! Marcel, ich liebe dich! Ich bin denn da immer rein! Scheiße! Ah, mein Fuß! Mein scheiß Fuß! Ah, scheiße! Ah, mein Fuß! Mein scheiß Fuß! Lass Marcel da liegen! Scheiße! Lass Marcel da liegen! Ah! 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 Wo zum... Ah! Marcel! Oh, scheiße, ey! Alles noch dran! Fullstick! Guck der her! Oh Gott! Marcel! Fanta! Marcel! Da ist ne Axt in der... Oh! Oh! Ach du Scheiße. Was ist das denn? Oh! Ah! Oh Gott! Da hin ist wer! Habe ich dich jetzt getötet ja danke hallo und herzlich willkommen zum neuen let's play mit marcel und mir Ich will meine achte du bist jetzt weg ja ich bin hier ich höre was ich sehe meine leiche Okay, wir kommen zu Da ist ein peter das mal weggehen ja peter ja der der spielt ein instrument Der peter die blockflöte aber wir müssen da nur gut nehmen oder gut der rennt uns hinterher. Oh man ja das ist halt Der witz in diesem spiel Okay, ja leute wir dachten uns. Wo ist ne alte? Okay, lasst einfach mal hinterher renn wir mal hinterher. Ja, wie renne ich denn Mit mit shift hinter mir her Ich kann nicht rennen. Wo bist denn du? Mit shift Ich kann nicht rennen Ich kann nicht rennen Ich drück shit Wirf die scheiß waffe weg alter Oh fuck mein gott oh mein gott Marcel er ist hinter dir er greift dich an Oh mein gott Oh mein gott Warum sind die denn direkt jetzt am anfang also vorweg Kannst du mich mal beschützen eben ich muss mal eben die schwerung umstellen Ja die gucken uns noch an Volume Maus Wie kann ich das machen? Wie geht das? Ich kann nicht das geht nicht weg Egal renn einfach Ja lass einfach mal entfernen Im licht sind wir da Also leute Es ist grad bisschen holpriger start Willkommen zu the forest Willkommen zu the forest mit Hand of blood Und tenendo Wir dachten uns wir machen mal was schönes Zusammen Oh Wieso renne ich nicht Scheiße Hüpfen Nein Alter können wir die nicht einfach töten Ja sicher aber die sind stärker Aber die sind zu stark Komm wir öffnen die Koffer Vielleicht ist da was zu essen drin Dann können wir dann haben wir wenigstens Leben Alter der ist voll Wieso kannst du denn nicht sprinten Hier hin Hier Koffer auf Mach Schnell Alles nehmen was da drin ist Muss man das hauen oder Ja aufhauen Okay Bisschen essen haben wir Also der Marcel hat forest schon mal gespielt Ja ich hab das schon eine Stunde gespielt ungefähr In dem stream auch noch mal ne Stunde Ich hab mich komplett nie spoilern lassen Weil Ich nämlich das Immer spielen wollte Und ja da sind wir Gibt jetzt Koop Also da guck mal der Direkt die Arme zum Himmel Ja ist halt nur ne Alpha Vorweg An die die es nicht kennen Scheiße Es ist quasi Ja komm mal mit dir jetzt Marcel Wir müssen jetzt auch mal langsam Let's playen Ich kann ich geh Alter da sind schon locker 10 jetzt Die rufen ihre Freunde Ich bin so fremdig denn Ich bin so fremdig denn Welche Taste drück ich denn dir voll Das sind locker 10 Mann Shift Mann Hast du vielleicht Feststelltaste an Also dieses Caps Lock Taste Ja habe ich Aber jetzt ist das aus Und das ist trotzdem nix Kannst du die Waffe irgendwie wegwerfen Aber die hauen ab die hauen ab Ne das hat nichts mit der Waffe zu tun Ja geh einfach mal weiter Okay Wir müssen uns mal von denen entfernen jetzt So Fuck Alter So Leute Beschissener hätte man nicht anfangen können Ne beschissen Ich wollte es grad sagen Also schlimmer hätte es nicht kommen können Ne Lol Aber geh einfach mal weiter Hier ist ein Container Ja also Alles klar Was ist das für ein Spiel Marcel Also das ist ein kleines Survival Game Ja was noch in der Alpha ist Wie du grad schon sagtest Ähm aber für Dafür dass es in der Alpha ist Es ist ziemlich umfangreich Ja Meiner Meinung nach Ne Wir haben ein ähm Stein Wenn nennt man ein Bastelbuch sag ich mal Drück mal Ne I ist Inventar Klick mal drauf Da hast du eine Decke mit all deinen Sachen Ah ok Hier kannst du zum Beispiel auch Snack Das hab ich nämlich gerade gar nicht dran gedacht Wo ist denn meine Hunger Anzeige Ach da Das kenn ich von äh Don't Starve Das ist Genau du hast den Magen Das ist dein Hunger Ja Dann hast du ähm Ach ich weiß warum ich nicht rennen konnte Ok ich hab äh links der rote Balken ist dein Leben Ja Rechts der eine blaue Balken ist deine Ausdauer Und der andere kleine blaue Balken ist meine ich dein äh wie du Durst hast Ja Aha Hier liegen zum Beispiel schon Ich sammle einfach mal alles ein ne Genau Macht Sinn oder So und jetzt kann ich auch rennen weil ich keine Ausdauer hatte Darauf hab ich nämlich gerade im Rumgeschrei gar nicht geachtet So Kann man voll sein quasi an Sachen Kann man ja Kann man Okay So Du kannst dann nachher auch Sachen Wo das sind wieder drei Geh mal weiter Wo Wo Die verfolgen uns halt ne Ja geh mal weiter Das ist eigentlich voll kacke So Ähm Dann gibts halt dieses Bastelbuch Was ich aber grad nicht Ist das Tab Ist eben ne Taste B B genau Alter man der rennt uns hinterher Der Otto ey Geh mal einfach weiter Wieder auf guck Wir können versuchen die zu bekämpfen Aber da Nein nein wir rennen jetzt einfach mal weg Okay So Wir werden ja auch noch andere Ja Wir sind schnell genug Ja also Und meine Ausdauer ist gleich schon wieder weg Hä wo Ach da Naja wir rennen einfach so weit es geht Okay Die stehen dahin jetzt So Ja das Format wird jetzt immer freitags kommen hatten wir gesagt Genau Auf beiden Kanälen also bei mir und auch bei Max Genau jeweils mit einer anderen Sicht ne Alle Links in der Beschreibung Richtig Machen uns sogar die Mühe und hauen für euch beide Camps rein Damit wir beide unsere schönen Gesichter haben Lol Ja Und Äh Ja Marcel was machen wir denn jetzt Wir müssen uns eine Existenz aufbauen denke ich Also Also der normale Weg Es ist halt ein Survival Game mit Crofting Elementen Ja So es ist genau das ist es halt ne Ja Du hast halt hier quasi Minecraft Da ist äh da sind Hütten Ja weg da Da sind Lager von denen Schwimmen Schwimmen Ja schwimmen wir einfach rüber auf die andere Seite Wobei Ja Das Wasser ist noch nicht so geil Ne Ja Du bist auch voll schön einfach Ja bin ich Oh lol Oh ist das romantisch Alter Und deine Die Schattierungen auf deinem Face Können die eigentlich schwimmen? Weil ich seh da hinten schon wieder ein Otto langrennen ey Äh ja die können schwimmen Glaube ich zumindest Oh da ist einfach noch ein Dorf genau vor uns Was? Wo? Da genau wo wir drauf zuschwimmen Da hinten Okay du Ach du Schatt Einfach rechts ja Einfach zwischen den durch Oh Gott Ja wir müssen uns irgendwo ein Lager aufbauen Weil wir dort sterben Ja wie Was ist denn das für ein Grafikfehler? Ja egal Also ist halt neune Alpha Genau also man sollte jetzt nicht hier das äh das äh triple A Titel äh 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 erwarten Ja ich glaube wir werden aber viel mehr Spaß haben als beim triple A Titel Ja ich denke auch also ich hatte schon sehr viel Spaß in diesem Spiel Ja Ja Ähm Die Folgen werden immer 30 Minuten gehen Ja Würde ich auch sagen Oh ist das nicht schön Max Heute geht's vielleicht mal ein bisschen länger so für den Anfang weil jetzt auch ein bisschen komischer Start war Genau Ein bisschen ja Ja Ach ja Ach ja Also äh man hat so ein Crofting Ach ich seh's hier Press B Genau B da kannst du dann so ein Buch öffnen und jetzt läufst du auf dem Wasser und jetzt ertrinkst du Nein nein ich schwimm nach oben Schwimm nach oben Schwimm nach oben Ja und dann können wir halt dann nachher ein Lagerfeuer bauen wir können eine kleine Hütte bauen Ja aber wenn überall die Viecher sind dann haben wir Ja wir müssen uns halt irgendwo was suchen wo wir nicht sterben oder entführt werden Wie können wir denn die erstmal entführt werden? Oh jetzt hab ich die gespoilert ne Was wir können entführt werden? Ähm dazu später mehr Okay ja dann ich würde sagen wir rennen erstmal in die Richtung von den beiden Lager Following area not available in this build of the game Ach du das war gar kein Grafikfehler Ne hier hört das Spiel auf wir müssen in die andere Richtung Oh ne alter Oh kack Möwen hier geh weg Hey jetzt müssen wir wieder rüberspringen Schwimm ja springen geht nicht ein bisschen weit weg Ja dann erzähl mal noch ein bisschen was übers Game Okay ähm also wie man sieht äh Sehr schön Sehr schön Die Bäume sind sehr schön Und äh ja wie gesagt diese Lager und so weiter Da müssen wir Sachen sammeln Für das erste Lager das ist quasi so ein So ein Zelt aus Ästen und Blättern und so Ach wir brauchen quasi Material ja? Genau zum Beispiel Holz Genau zum Beispiel Und äh wir haben jetzt eine Axt gekriegt Und damit können wir zum Beispiel gleich Bäume fällen Jetzt fängt es an zu regnen Das ist auch nochmal ne Sache Wir können nämlich feucht werden und unterkühlt Ah cool So Deswegen sollten wir eigentlich schnell aus dem Wasser Aber anstatt dessen schwimmen wir nochmal ne Runde so weit Okay und äh ich sag mal Ja kann man quasi Gibt es Grenzen irgendwie Also Bäume fällen klar denke ich mal Ja Ja Aber wie ist das? Ja egal das werden wir jetzt nach und nach Steinen abbauen wie in Minecraft kann man jetzt noch nicht Also ne also Aber man kann sich keine Hüllen bauen oder so Ne Was ist denn hier? Hier kommen Schein also schnell hin Ja Warte mal da ist genau das Lager das ist dumm Aber hier ist auch noch Wasser Ich dachte hier wär so ne richtige Insel Ne wir gehen einfach mal weiter Ne wir gehen einfach mal weiter So ne Kacke Wir gehen einfach mal ne Ist echt ne Dahin ist schon wieder so ein Mongo ey Kacke Na rechts Sollen wir den Plan warten Ne alter man der wir sind doch One Hits für die oder nicht Ne noch nicht mehr wir haben jetzt volles Leben Ja warte dann fresse ich mir oh lol Dann fresse ich mir eben mal kurz einen rein Ja okay ja dann machen wir fertig Warte auf ihn ne Ja äh So dann machen wir den jetzt fällig Ja wir hauen den jetzt einfach aber pass auf dass du mich nicht schlägst Okay Sag Au droh BAM Geh mal zur Seite Geh mal zur Seite Schlachten Ich kann nicht nicht Ich kann nicht auf Ach da Gib ihm Oh nice Schöne Animation Oh ja Und nimm den BAM Und den Das ist nämlich schwierig zu kämpfen ohne jemand Jawoll Ich hab Zähne Alter der hat nen Zahn dabei Haha Ich hab 3 Zähne jetzt Noch 2 Okay Danach kann man wahrscheinlich ne Kette oder sowas Und du kannst halt auch äh Wenn du mal ins Buch guckst Oh Alter das blendet Da kannst du auch ähm Boah wie war das nochmal Ja warte lass uns mal erstmal bitte vom Lager da weg Ich will jetzt erstmal meine Ruhe hier haben Ist das da oben Warte mal eben Sind das auch wieder Mennekes Ne das sind Bäume oder Alter das blendet übel Lotte ey Alter das ist schon echt ziemlich Porno Ja Was ist das denn Alter hier ist Das haben die Dinger da hingewalt Ne Schale Ne Stuhl? Ja Ein Campingstuhl Oh da ist ein Zelt guck mal Hier sind Zelte Okay die Zelte die können wir da kriegen wir vielleicht auch noch Sachen Essen oder sowas Kaputt machen Hier ist zum Beispiel ein Topf Ich weiß nicht können wir damit was anfangen Oh hier ist ein Ne hier ist alles kaputt Okay wir gehen einfach mal weiter Die Töpfe die einfach hatten Krass Alter ich glaube das wird so Aber es ist noch kein Also hast du Musik irgendwie im Hintergrund? Ne ne Hier gibt es auch keine Musik Okay also ich Hier guck mal das sieht hier gut aus Hier ist ein Teich Muss mal ich muss Ja aber ich bin jetzt langsam Jetzt renne ich zu weit vor Warte ich höre irgendwas Irgendwas Oh jetzt kommt voll die Mucke Ja dann sind wir in der Nähe von einer Höhle Oder Was Bienen? Ja ich höre Summen Lass uns mal So jetzt ist weg Warum Warum rennst du denn nichts wieder Irgendwas Ich habe Ausdauer alle Ich bin Ich bin fertig Lass uns doch mal ausruhen Max Ja warte wir Wir bleiben jetzt hier einfach Guck mal hier ist ein lecker Essen Wow Wie die magische Miesmuscheln Nein Okay, Marcel, hier lassen wir uns nieder, ja? Okay, das sieht schön aus. Das hat eine schöne Aussehung. Ich schlachte hier mal die Blumen. Ach, dann kriege ich Blätter? Ja, zum Beispiel. Dann haue ich jetzt hier den Baum um, ja? Genau, hau' man einen Baum um, das kann ich auch mal machen. Die dünnen Bäume sind natürlich schneller dauernd. Kippt er auch dahin, wo man ranhaut, so? Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Kleine Bäume geben Äste, große... Boah, ich kann nicht mehr, ich muss was fräten, ne? Ich hau' dem Baum, ich geb' dem Baum ne Kopfnuss, ey. Junge, pfeil jetzt um. Kacke, ich brauch was zu fräten. Pfeil um! Oh! Ah, hier, hier sind übrigens auch Tiere. Wie diese, was sind das, Eidechsen oder so, die kannst du unter dem Feuer bauen. Baum fällt! Hey, ich sterbe wegen... Au, 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 au! Was, hat er dich erwischt? Nein. Oh, jetzt hör mich, guck mal, Marcel, was ich habe. Guck mal, was ich habe. Das sieht total geil aus. Hier, guck mal. Hier bin ich. Da kann man übrigens zwei Stück von nehmen. Was? Geil. Hier kann man zwei von nehmen, warte, hier liegt noch einer. Da. Da. Wo bist du? Wo bist du? Ich seh' nur nix mehr. Okay, den tu' ich jetzt hierhin tu'n. Oh Gott. Geil. Was können wir denn jetzt? Wir können jetzt, warte, B, gucken wir mal eben, wir brauchen ein kleines Häuschen. Nehmen wir mal das hier. Shelter, ja. Und das stellen wir jetzt hier hin. Warte mal, warte mal, ich will auch cool sein. Und jetzt machen wir, zack, und bauen das da dran. Ach, und da steht jetzt, was wir alles bauen. Wie hast du das jetzt gemacht? Warte, für meine Zuschauer, B? Du klickst einmal B, dann suchst du dir da was los. Und dann, welches hast du jetzt genommen? Das rechte B und das Häuschen? Das Häuschen, das Häuschen, da brauchen wir 53 von dem, nee 82. Das hab ich noch nie geschafft. Da hab ich Ewigkeiten alleine gebraut und dann bin ich immer gestorben. Okay, dann, äh, ich fahr, ich fahr jetzt weiter Bäume und du machst das andere, ja? Okay. So, dann hau' ich den jetzt hier kaputt, den Jungen. Ich weiß halt nur nicht, äh, wie, wie viel da jetzt drunter passen. Ob wir zwei von den Dingern bauen müssen? Oder, ähm. Du musst aufklicken. Nicht gedrückt halten. Ist ja doof. Blätter und so ne Scheiße. Oh neu, Alter. Richard Darius hier. Und wie man, ich hab doch Musik, merk ich gerade. Ja, ich hatte eben auch ein bisschen Musik irgendwie. Oh Gott, oh Gott! Marcel! Hä? Bauchweh! Sehr schön. Nice. Nice. Nice, Alter. Überall die Plätzchen, ey. Ich glaub, mehr Bäume brauchen wir erstmal nicht. Wobei, obwohl ich weiß gar nicht, ob man... Bauen noch mal ein, äh... Ein, ein, ein hau' ich nur um, Junge. Ja, hau' noch mal einen um. Oh, warte, hier liegt noch ein Stock. Hier liegt ein Stock? Ja, aufnehmen. Echt? Okay. Wie können wir, das brauchen wir, glaub ich, auch für das... Ja, da brauchen wir noch ein paar Stöcker. Wir brauchen noch... Äh... Vier Stöcker. Fünf Steine. Ich hab ja auch noch ein Stock. Ja, und... Woher kriegt man denn Steine einsammeln, ne? Die hier rumliegen. Ja, die liegen hier, die liegen hier rum. Muss man mal... Und das Buch hat man aus dem Flugzeug, oder was? Ja, das hat man immer bei dir. Oh, Marcel! Ich glaube... Oh! 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 Voll die Ottos, ey. So. Ah, wir brauchen... Ach, gut, du machst das schon. Sehr nice. So, jetzt brauchen wir noch fünf Steine. Ah! Jetzt brauchen wir noch fünf Steine. Stöcker hab ich genug. Okay, die... Hier ist einer, geilo. Ah, und Feuer. Ich mach mal... Such mal Steine. Ich mach mal ein Feuer hier hin. Alter, ist es dunkel, ne? Ja, eben. Weil dann kommen die Ficker an und dann wollen die mich essen. Fuck! Hä? Die... Aber normalerweise lockt doch Feuer die an, oder? Ja, mach mal jetzt hier Feuer. Ey, ich hab Angst. Ich seh nichts mehr. Warte, ich mach das Feuer. Ja, ich mach das Feuer. Oh, das ist aber ein sehr großes... Was? Das will ich nicht. Das ist riesen... Das ist größer als du das Feuer. Ich mach eben Feuer, ja? Kann ich das... Ah, okay. Ja, mach du mal. Feier. Ich mach ein ganz kleines, ja? Hier. Ja. E. Okay. Jawoll. Und jetzt anziehen. Ab geht's! Aber das mach ich! Okay, mach das. E. Ich mach doch E. Ne, uns fehlen noch Steine. Oh shit. Zum Anmachen. Zum Anmachen. Okay, wo gibt's Steine, Leute? Am Wasser? Oder? Nein! Haben wir auch ne Tasche... Ne, warte mal, wo hatten wir das? Irgendwas... Ja, ne Taschenlampe hab ich. Echt? Auf welcher Tasche? Äh, ins Inventar und dann auf die Taschenlampe gehen. Warte. Geil du. Alter, das gibt's sogar Mücken. Ey, das hat so... Das macht so Fortschritte, das Spiels. Päd... Pädometer? Hahaha. Ich hab'n Pädometer. Wo bist'n du grade? Ey, du sollst nicht in die Internet gehen. Hier, Flair hab' ich. Ach, hier liegen auch noch 20 Bäume rum. Marcel! Ich habe Licht! Ja, das ist... Falsch! Naja, egal. Oh, du hast nen Baum gefunden. Ja, da liegen noch ganz viele im Wasser. Die sind alle reingefallen. Wir brauchen Steine, Marcel. Ja, ja, eins am anderen. Hier liegen ganz viele Steine. Guck mal, hier im Wasser. Im... Im Wasser, ja? Mhm. Aber ein Licht lockt doch normalerweise so ne Lachse an, oder nicht? Ja, nur am... Scheiße! Am... Am... Am Feuer können wir uns Essen braten. Ja, aber... Logisch betrachtet... Lockt das doch die wirklich an. Oh, ich hab' an! Junge! Gut, gut, gut. Okay. Wie lange hält das jetzt? Wie aufwärmen? Wo ist denn die Anzeige für aufwärmen? Äh, das steht unten. Ich hör' was. Hungry... Wow! Marcel! Marcel, lauf! 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 Scheiße! Ich kann doch noch nicht rennen! Lass mich hier liegen! Nein! Ich werf'n Stein! Scheiße! Essen die Pären hier, die sind lecker! Lass mich hier in Ruhe! Geh weg, Junge, mit deiner Kackfackel, du Arschloch! Ich bin so... Ich bin so... Ich... 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 Ich bin mit deinem Flugzeug! Scheiße! Warte! Warte! Das... Ich hab' mir den... Oh! Du hast den Ohr? Der hat ne... Der hat ne Taschenlampe! Wow! 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 Ich komm' zurück, Marc! Ich nehm' alles mit, was ich finden kann hier! Ich weiß nicht, Roland! Ja, warte dann! Dann... Ah, ich seh' deinen Namen! Ja, okay! Alles klar! Ich versteck' mich im Wasser! Okay, ich werd' wahrscheinlich derbe verrecken jetzt! Boah, heilige Scheiße! Jetzt... Kann man sich... Kann man schleichen? Ich hab' keine Taschenlampe mehr! Kann man schleichen? Äh... Ja, man kann sich ducken! Wieso kommen denn da 20 Molokko auf einmal um die Ecke, Alter? Ja, weil die das Feuer gesehen haben! Ja, ich hab' doch gesagt, das scheiß Feuer lockt die an! Ja, ich dachte, das stimmt, das geht auch so! Wow! Hahaha! Die baden jetzt mit mir, Marcel! Scheiße, ich komm! Die baden mit mir! Ich renne! Ich renne! Ich renne! Marcel, da bist du! Da bin ich! Ah, da! Tatsächlich! Die baden hier mit mir, Marcel! Scheiße, die sind an unserem Lager! Ja, weil da das Feuer ist, Marcel! Und meine Axt ist da! Ich muss die Axt holen, sonst hab' ich keine Axt mehr! Ich hab'... Ja, warte! Äh... Wir hauen einfach ab! Wow! Ich brauch' kein Handy! Komm, wir gehen hier hoch! Wie... Wie duckt man sich, Marcel? Das ist wichtig für mich! Steuerung! Ah ja, okay! Dann hauen wir jetzt hier durch die Busche ab! Ich komme nicht hoch! Hilfe! Springen! Springen! Ah! Da liegt irgendwas! Ich... Äh, tut mir leid, wenn man grad nix sieht, ne? Aber ich hoffe, ihr versteht das! Das ist ne etwas andere... Ah, ich kann auch mit nem Stock hauen! Wir sind grad in einer doofen... Oder wollen wir die nach und nach kaputthauen, die Jungs? Ich hab' nur nen Stock! Das wird nicht viel Schaden machen, denk' ich mal! Ja, dann gehen wir jetzt einfach weg und suchen uns nen anderen Ort! Alter, nein! Meine Axt... Ohne die Axt hab' ich ein voller Drecksproblem! Das kann ich nicht... Okay, dann warten wir, bis die abhauen, ja? Okay, dann ducken wir uns hier rein! Ja, wann ist denn wieder Tag? Wie lang dauert denn das? Warte mal, ich guck mal in mein Inventar, vielleicht können wir die auch irgendwie anzünden, oder? Ja, wir können einen Molotow-Cocktail bauen, aber... Ich hab hier... Ich hab'n Pedometer, vielleicht verschrägt das die... Warte mal... Hier, Klo... Ein Feuerzeug? Na, Axt! Also, du kannst auf jeden Fall einen Molotow-Cocktail bauen! Boah, ich muss erst mal was trinken und essen, Alter! Ich bin hier fast gestorben! Ich hab'n Molotow! Echt?! Warte, aber nicht verwerfen! Alter, die rennen grad weg! Steck das weg! Steck das weg! Das ist mein Sinn! Ah, wie denn?! Steck das weg! Geh ins Inventar, hol deine Axt! Ich hab' doch gar keine Axt! Nein! Was?! Was?! Hast du jetzt hier einen Waldbrand gemacht?! Hä? Nee, du hast es nur in der Hand! Nein, das ist mein Feuerzeug! Ich hab' das da aus der Seele hingeworfen! Wo denn? Ich seh's nicht! Vor deine Füße, da unten! Hä? Wo denn? Da, wo ich hinguck! Wo du hinguck? Ja, ich hab's voll ins Wasser geworfen da! Ins Wasser! Ja, aber die Jungs sind grad weggerannt! Echt? Nee, da hinten ist nur einer! Ich muss das... Mach das jetzt mal aus, Alter! Ich weiß nicht wie! Wir versuchen uns zu verstecken! Okay, P! Weg damit! So! Weil, die sind grade so weggerannt! Einer von denen hatte nämlich ne Taschenlampe! Nee, die hatten... Hast du das gesehen? Nein! Einer von denen hatte wirklich ne Taschenlampe! Ja, dann haben die mir die Taschenlampe geklaut! Der hat unsere... Ja! Die haben dich umgeboxt und dann deine Taschenlampe genommen! Die scheißkanacken, ey! Wir rächen uns! Wir rächen uns! Das wird noch ein Nachspiel haben! Alter, das würden wir... Ja, mit 20 Mann kommen so um die Ecke und denken, die werden was geiles! So, lass uns mal ranpirschen! In die Hocke! Okay! Mir nachher! Bleib bei meinem Arsch, Junge! Ja, lustig aus! Was denn? Wie ich geh, oder was? Ja, deine Beine biegen sich so nach hin und her! Geh in die Hocke! Ich bin nur in der Hocke! Okay, geil! Hier brennt irgendwas! Wahrscheinlich das Molotow! Ja! Das kann sein! Scheiße! Ich bleib hier! Warte, ich guck hier um die Ecke! Hörst du? Was ist das? Oh, da ist noch! Siehste, die sind da noch, die Ficker! Ja, du musst... Geh wieder nach hin! Geh wieder nach hin! Hier sind nämlich noch andere Leute auf der Insel und die entführen die so nach und nach! Das ist halt der Clou! Und dann hörst du manchmal jemanden schreien und dann rennen die dahin! Wat? Erzähl nicht! Ich will das nur erleben, Marcel! Ja, ich hab noch selber keinen getroffen, aber du hörst manchmal einfach jemanden schreien! Das weiß ich halt selber nur! Und dann rennen die dahin! Das heißt, die rennen jetzt weg? Ja, nee! Muss nicht heißen! Das kann sein! Da hörst du das schreien? Ja, ja, ja! Hier brennt irgendwas! Ey, das Molotow war unsere einzige Chance, du Affe, ey! Ich hab keinen Laken mehr! Sind die da noch? Was hab ich denn noch? Ich glaub, die sind weg, Marcel! Weil jetzt das Feuer aus ist, sind die abgehauen! Das Feuer aus Energy! Okay! Meinst du? Ich bin noch hier! Ja, ich bin noch da! Ich seh keinen mehr! Aber die sind halt auch schwarz wie die Nacht teilweise, ne? Ja, solang ich meine Axt krieg, können wir auch wegrennen danach! Das heißt... Weißt du, wo die liegt ungefähr? Ja, die... Ich hab hier so'n zwar hier jetzt die... Ah, nee! Das ist gar nicht meine Axt! Das ist meine Axt! Ja, warte! Wenn die jetzt weg sind, können wir auch hier bleiben! Weil wir haben das ja fast fertig gebaut! Da vorne liegt meine Leiche! Ich hoffe, da kommt jetzt keiner! Ich hab... Hier liegt mein Arm! Ach, nee! Jetzt gar nicht mal! Ah! Alter, pack die weg! Pack die weg! Ja, Alter! Mach die weg! Das war... Heilige Scheiße! Der hat die automatisch in der Hand genommen! Kacke! Habe ich jetzt wieder was zu essen? Nee, ich verhunger gerade! Ach nee! Doch! Ich verhunger gerade! Hier sind Hasen! Hasen! Okay! Hasen tot! Was? Wir müssen die Hasen töten, um was zu essen zu haben! Ja! Was denn? Was denn? Die kommen! Die kommen! Renn! Wo bist du? Ich bin hinter dir! Oh, sie hat mich getroffen! Sie hat mich getroffen! Renn weiter! Oh Gott! Es werden rennen! Was? Du ehrlich? Ich kann nicht mehr rennen! Ja, das Problem hat dich auch! Ich werde dich jetzt zurück... Doch! Ich kann rennen! Nein, nein, nein! Ich komme hier! Renn weiter! Renn weiter! Renn weiter! Renn weiter! Ich sehe nur nichts, Mann! Pädometer! Lauf! Da hinten ist was Helles! Hier ist ein Lager von Leuten! Hier können wir Sachen sammeln! Ja, warte! Hinter uns sind erstmal 20 Mann, du Affe! Ja! Oh, hast du mich jetzt erschreckt, Alter! Alter! Hier ist das Flugzeug! Was? Oh, nein! Sind wir jetzt im Kreis gelaufen! Warte! Wo ist hier wer? Hallo? Lass hier ins Flugzeug! Oder ist das ein anderes Flugzeug? Können wir uns nicht im Flugzeug verstecken? Ja, können wir! Wir sind auch Hasen! Ja, dann machen wir das jetzt, bitte! Warte, ich hole mir mal eben schnell einen Hasen! Ich hab kein Buch mehr auf die Molucken, ey! Geh rein! Ich versuche hier... Mach bitte keinen Lärm! Bitte! Bitte keinen Lärm! Japans! Armer, Armer! Boah! Wir haben den besten Start wahrscheinlich überhaupt jemals in irgendeinem Let's Play hingelegt, ey! Alter, das ist so unfassbar! Das ist so krass! Ja, hau nicht daneben, du Böllerei hier! Kacke! Ich seh auch nix! Kacke! Alter, komm mal rein! Ey! Okay, die haben wenigstens ne Taschenlampe! Ja, dann sehen wir die immer kommen! Ja, ich hab auch nen Tennisball, falls wir halt hart auf hart kommen, weißt du? Ja! Das brauchen wir zu essen! Da! Oh, gut! Gut! Ich hab was! Alter, wann würds denn... Alter! Wat is'n dat für'n Spiel? Die Einwohnerdichte ist hier viel zu hoch! Ja, irgendwas... Alter, jetzt ne Katz! Ne, ein Eichhörnchen! Töte es! Okay! Marcel! Was ist das denn? Das ist ein Ball! Scheiße, jetzt rennt das Vieh weg! Ich renne mal nicht hinterher, das ist nämlich genau das, was das bezwecken will! Ja, dat ist böse, dat Eichhörnchen! Okay, Marcel, wir müssen uns jetzt langsam mal was überlegen! Scheiße, was machen wir hier, ey! Ja, gib mir einfach mal eine Nachricht! Ich geh jetzt einfach mal hier blind durch und sammle ein paar Stöcke auf und Steine! Alter, man sieht aber auch nichts, ne? Nee, ich könnte... Hast du ne Taschenlampe? Ja, mach mal ein bisschen! Ich glaub nicht... Bisschen?! Ich mach mal ein bisschen an! Warte, warte, mach dann... Ey, warte! Feuerzeug! Ja, aber dann siehst du irgendwas gar nichts! So, doch, wenigstens ein bisschen! Komm, mir nach! Okay, dann mach ich die Taschenlampe wieder aus! Sekunde! Mir nach! Wie kann ich dir denn ausmachen? Boah, ich check das nicht, ne? Alter, wir sind jetzt wieder hier am Wasser, wo das Kackdorf ist, ey, Marcel! Ich hab keinen Bock mehr! Wieso ist das denn hier? Jetzt ist hier Wasser! Warum ist hier Wasser? Ich schwimme! Du schwimmst! Warum schwimme ich? Hier ist doch gar nichts! Warum schwimme ich denn? Das ist super! Warte, ich geh mal ins Wasser, vielleicht geht er dann! Ich schwimme jetzt in der Luft, kann das sein? Ja! Warum? Warum? Wir sind jetzt sicher, Marcel! Ne, wir abstieren gerade! Wo siehst du das? Du bist sicher! Ich will auch nach oben hin! Ich will runter! Lass mich runter! Lass mich runter! Lass mich runter! Bitte! Wie hab ich das geschafft? Ich hab keine Ahnung von den Heck eingegeben, Junge, ey! Was haben wir denn hier? Töte mich! Sachen! Ich wette, die kommen gleich wieder! Ja, weil die mich sehen von einem Kilometer entfernt! Wow, die Sonne geht auf, glaub ich! Ja, die Nacht haben wir überstanden! Hätte ich nicht erwartet! Mehr oder weniger! Ja, also du zumindest! Ich bin schon einmal wieder auferstanden! Ja! Da sind sie! Marcel! Ich seh sie! Wieso hab ich immer das Feuerzeug? Hase! 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 Toter Hase! Ich brauche Essen! Jetzt rennen die wieder weg! Ne! Alter, die sind voll scheiße! Marcel! Es tut mir so leid, aber... Ich paddel jetzt weiter! Ich bin zu blöd, um so einen scheiß Hase zu erschlagen! Hase! Alter, ich kann versuchen Vögel zu erschlagen! Dann erschlage ich komische Echse hier! Echse! Ey, wenn man stirbt, verliert man dann all seinen Loot, oder? Ja, du kannst das auch mal wiederholen! Wie ich gerade! Okay! Da schwimmt er! Alter, ich würd das grad so gern sehen! Das ist so heftig! Geil! Warte! Ich flieg einfach zum Berg! Ja! Weil dann müsste ich ja ihn irgendwann treffen! Ich besorge uns Essen, wenn ich mal was treffen würde! So, hier! Ja, ich muss auch langsam wieder was essen! Hier oben bin ich wenigstens sicher! Zwei Hasen! Boah, Elder! Ich krieg halt nicht auf der Kette, einen scheiß Hasen zu töten! Hä? Ey! Ich glaub! Ich glaub! Ja! 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 Oh! Hoppa! Oh mein Gott! Ja! Ja! Aber hier vorne am Wasser! Nee! Nee! Im Schutz der Bäume ein bisschen! Das ist glaub ich besser! Da unten ist ein Zelt! Ja! Okay! Dann hau ich jetzt den Baum hier rum! Oh mein Gott! Ja! Die Molucken kommen direkt wieder hier um die Ecke! Dann hau ich den auf die Fresse! Hast du wenigstens deine Axt wieder ja, ne? Ja! Das hab ich ja alles wieder gekriegt! Jetzt kann ich die scheiß Lampen ausmachen. Dann baust du da schon mal ein Zelt hin. Wie krieg ich denn? Ich muss die Steuerung mal auf. Oh scheiß Baum. Unser Schiff soll schöner werden. Oh, das Schiff muss schöner werden. Baum fällt. Er. Nee, der will nicht. Fall um. So. Oh, Baum. Wow. Lol. Lol. Bei mir war gerade lustig. Ja, bei mir hat er auch die Sounds gemacht, nachdem das Ding umgefallen ist. Also, man merkt, ja, da unten ist schon wieder einer, oder? Nein, 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 den hau ich um. Also, langsam müssen wir uns auch mal wehren. Ich packe mir mal die Rüstung aus. Ja, ist echt so. Ich glaube, die, die denken einfach, die können sich alles erlauben. Geh ich jetzt anders aus als vorher? Guck mal. Du glänzt ein bisschen. Ja, du glänzt auch, aber... Das, äh... Okay, pass auf. You are cold and wet. Wir brauchen Feuer. Low energy. Eat something. Oder at rest. Also, wir müssen schlafen. Hungry, find something to eat. Wo steht denn das alles? Wo siehst denn das? Unten, äh, rechts... Nee, links, Entschuldigung. Hä, aber welche Taste drückst du dafür? Gar keine. Die ist... Das steht da immer. Hä, bei mir steht da nichts. Da ist nur eine Anzeige. Aber... Ja, dann hast du auch nichts. Das sind nur die Sachen, die du brauchst. Achso. Weil... Hä, aber warum bin ich denn so viel besser dran als du? Du bist... War ich schon gestorben? Nee, keine Ahnung warum. Das ist nur ein guter... Baumfell! Oh, da sind drei. Was? Nein, die gucken auf. Alter, die erschlagen mit den Baumfällen. Warte, warte, warte. Nein, lass uns das schnell zu Ende bauen. Alter, habe ich nicht so geile Handschuhe. Kann man nicht eine Waffe bauen? Wir brauchen eine Waffe. Oh, der kommt schon, der Kack-Affe. Ja, wir können eine Waffe... Nee, wir fäh... Wir machen die fertig, Alter. Warte, nicht mit dem Baumstamm. Jetzt einen nach dem anderen. Komm, wir fokussen die raus. Okay. Komm her, du Affe, ey. Gib ihm. Du musst immer nach vorne und dann backsteppen. Ja, da kommt... Oh, 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 jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, komm. Der rennt schon weg. Aber ich lasse dich nicht in Ruhe, Junge. Ich habe hier meinen, ja? Na, 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 na. Leap to win. Yeah! Win! Den habe ich. Pass auf. Oh, wow. Das war, Alter. Der hat mich ja immer erwischt. Ja, da kommt der Nächste, Alter. Jetzt... Ja, warte. Das sieht gut aus. Also, nee, jetzt nicht mehr. Fuck, fuck, fuck! Hä, wo bin ich? Ich... Warum verreck ich schon wieder? Nein, nein, tust du auch gar nicht. Hä? Ach, da ist noch einer! Alter, das sind... Jetzt ist noch einer da! Die haben mich angezündet, die Wichser! Watt haben die? Die haben dich angezündet? Pass auf, der will was. Oh. Man... Nein! Du bist tot! Ja, ach, nee. Ich glaube, ich habe dich getötet. Ja, danke. Ich komme schnell wieder zurück. Nee, habe ich nicht. Alter, komm her, du Affe, Alter. Ich hau dir die Fresse ein, ey. Hey, hey, hey. Ich habe dir nichts getan. Nicht du, der hier. Komm, geh weg, Junge. Okay, ich glaube, einen habe ich gleich. Ich kann dir auch gleich nicht viel helfen, weil ich bin... Geh weg mit deinem Feuerzeug... Wow! Ich habe ihn komplett zum Matsch gehauen. Ja, das ist explodiert, wa? Ja. Das ist immer geil, ey. Das ist richtig geiles Gefühl. So, da ist jetzt eine Ische. Jetzt haue ich die Ische weg. Ja, komm... Wir müssen immer zusammenbleiben, Marcel. Ja, ich bin auf dem Weg zurück. Komm her, du geile Braut. Ich schlitz dich auf. Ja, boah. Pack mal deine Titten ein, ey. Alter, da kommen schon wieder mehr. Zwei. Die haben mich Gott sei Dank nicht gesehen. Die holen halt Verstärkung, ne? Ja, nee. Wenn wir alle umbringen, sind ja auch keine Verstärkung mehr. Ja, da ist aber gerade einer geschlüchtert. Ich habe sie, ich habe sie. Nee, sie ist hingeflogen. Läuft. Da sind... Ach, da bist du. Okay, ich komme. Bin da. Warte. Und ich habe einen Stock. Ja. Ich kann mich nicht... Komm her, du. Schlitz... Okay, ich gehe zu meiner Leiche und... Man macht die Frau platt. Ach so, ja. Ich habe keine Waffe. Wie denn? Soll ich die... Ich habe sie. Sie ist tot. Alter, ich habe schon drei jetzt insgesamt weggeschlitzt hier, Alter. Ist hier wie die Liste bei Gossip, ey. Richtig gut bist du, ey. Richtig der Hammer. Aber ich glaube, die zwei Boys haben uns jetzt da hingesehen. Jetzt heb erstmal deine Sachen auf. Alter, wie geil ist das denn? Du kannst... Bist du dat? Ja. Ich habe fast nichts mehr hier irgendwie. Oh, alles wieder da. Alles wieder da. Lol, da liegen Beine in meinem Inventar. Ja, die hast du gerade eingesammelt, als er explodiert ist. Als Waffe. Lol. And we used to crafting. Ich habe halt auch nichts zu essen. Ah, doch, hier. Feuer müssen wir bauen. Feuer. Feuer. Dann kann ich was braten für uns. Ja, ich meine jetzt erstmal hier die Hütte fertig, glaube ich. Ja, nee. Wichtiger ist gerade was zu essen. Okay. Warte, ich baue hier ein kleines Feuer hin. Verschwindet. Aber irgendwo im Trockenen. Alter, kommt einfach schon wieder einer. Geh weg, Junge. Was ist fertig? E, eh, eh. So, an. Okay. So, jetzt brate. Ich verteidige hier. Okay. Geh weg, Junge. Zünd euch an. Okay. Warum? Äh, die stehen einfach nur zwei Stück. Oh, jetzt gehen sie weg. Die gehen weg? Gehen die weg. Wir brauchen Blätter. Hol mal schnell Blätter. Okay. Ah, jetzt C. Guck. Okay. Ja, jetzt sieht so aus, als wären die jetzt abgezogen, die Leute hier. Okay. Nee, jetzt stehen sie da noch. Aber die sehen uns nicht. Die stehen einfach jetzt nur rum. Okay. Boah, ey. Okay, ich guck mal, was da unten bei den Containern liegt. Vielleicht ist da irgendwas Tolles noch. Ja, komm, warte. Bist du vor Hunger? Nee. Ja, 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 ja. Ja, dann komm her. Einer kann gegessen werden. Jetzt drück aber nicht zweimal. Einer, einer kann gegessen werden. Ja, einer von den Leuchten hier. Isch mich, ey. Von den Leuchten. Ja, hier einfach E drück einmal. Ey, jetzt hab ich da Blätter reingetan. Bei mir steht EAT. Nein, dann hast du das jetzt für dich vorbereitet, oder was? Kannst du das nicht essen? Guck mal. Ich geh schnell zu dem Container. Vielleicht liegt da ein Snack oder so. Ja, oder guck, ob da irgendwo eine Ex in der Nähe ist. Ja, scheiße. Ich hab halt fast gar nichts. Dann hab ich jetzt eine... Komm noch... Ja, Alter, ich schwimm schon wieder! Ich schnauze voll hier! Alter, und da liegt einer. Der ist tot. Warum schwimmt der denn immer, wenn er will, ey? Geh weg, du. So, jetzt schwimm ich nicht mehr. Da ist ein Hase! Echse, Echse, Echse! Komm! Scheiße. Nein! Hä, ich hab die doch voll getroffen! Der Hase ist mega schwer. Oh, da ist wieder ein Molucke. Was ist das, ein Vogel? Drei Stück sind hier. Kacke. Was? Wo war zu... Da ist die Echse. Achtung! Oh Gott, das ist ein Schamane! Drei Stück sind hier. Versuch noch mal einen Hasen zu. So, ich hab einen Hasen für dich. Alles klar. Geil, 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 geil. Gib mir den Hasen. Geh da nicht hin. Und hier ist ein Loich. Oder war ein Loich. Marcel, da sind drei Schamanen-Boys. Oh, 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 fuck. Oh, einer steht hinter... Neben unserem Haus. Ja, die haben uns... Da, jetzt sind im Wald noch zwei. Okay, weg. Das macht keinen Sinn. Scheißen! Alter, könnt ihr uns nicht einmal in Ruhe lassen? Ei! Oh Mann, ich bin schon wieder tot! Was? Was? Das kann doch nicht sein. Der hat einmal auf mich draufgeschlagen, ich war tot. Und der war auch ganz plötzlich da. Wir gehen wieder zu unserem anderen Lager, Marcel. Okay, wir treffen uns da. Ich werde zwar bis dahin nicht überleben. Ich muss meine Leite holen. Warte, ich gehe erst mal zu dir. Ja, ich gehe zu dir. Ach ja. Ja, aber ich gehe erst mal zu dir, dass wir mich hier durchfüttern. Und dann gehen wir da gemeinsam hin. Okay. Warte, ich komme, ey. Gleich wird wieder Nacht, dann habe ich richtig Spaß, ey. Marcel, hier bin ich. Hallo? Ich bin fast tot. Da hinten müssen wir hin. Ja, aber ich musste erst mal leben, Marcel. Ja, ich muss meine Sachen haben. Das kann ich gar nicht machen. Ich gehe jetzt hier weiter. Ich gebe mein Bestes nicht zu sterben. Ja, ich brauche halt was zu essen. Sonst bin ich am Arsch. Da ist das Flugzeug. Da musst du noch einen Snack oder so geben, ey. Oder ich esse hier einfach Beeren. Kann ich die essen? Guck im Buch nach. Oh, das hat mir gerade irgendwas gebracht. Hier, da ist ein Plus dran. Ach, Seeds Collector. Oh, ich habe meine Sachen wieder. Oh, das ist einer. Nee, ich gehe es hier weg. War da ein Snack dabei? Nee. Ich habe halt selber nur die Tiere gehabt. Nee, nee, ich meine hier gerade. So. Ja, ein Snack. Ich habe noch einen Lurig hier. Wir brauchen gleich nur Feuer. Wow. Okay, ich loot hier erst mal alles, ne? Jetzt wollen wir auch immer Ruhe haben. Ein bisschen am Dings. Ja, wenn die wieder zurückkommen, dann ist wieder kein... Ja. Wo wollen wir uns aufbauen jetzt? Wir müssen auch mal wissen, wie man die... Leute, schreibt mal bitte, falls ihr... Wieso kommen die immer? Ja, die... Was? Was? Ich höre, ich höre, ich höre was. Was? 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 Was ist denn los? Leute, du bist tot. Alter, da steht... Das... Was? Was? Marcel, was war das denn? Ich... Keine Ahnung, ich war auf einmal tot. Das stand auf einmal vor mir und ich war tot. Oh, ist das dein Ernst, ey? Wir... Oh, kacke. Marcel, wir gehen da gleich weiter hin. Warte. Lass mich nur hier alles kurz looten. Alter, scheiße, ey. Ich kotze mich ein. Marcel, so. Jetzt komm, wir gehen da hin und hauen den Fett auf die Fresse, Alter. Kack, Tennisball, scheiße. Das reicht jetzt. Nimm Stein mit und gib dem ne Kopfnuss, Alter. Ja, nen Stock. Jetzt gibt's auch die Schnurze. Ich glaube doch wohl, ey. So, wir machen jetzt einen am anderen fertig, ey. Ist mir scheißegal. Wir kommen durch den Wald. Aber warte, ich muss jetzt erstmal kurz was snacken hier, damit... Ja, ich bin sowieso einschlacht, dann bin ich down. Warte, wie krieg ich denn Leben? Ja, mit Essen und Schlafen. Wow. Wow. Mein Inventar ist einfach... Nee, ich will mir den nur aufheben. So. Komm. Oh, kack. Die Wand an. Aber sowas wie Lärm, wenn wir zum Beispiel einen Baum fällen, lockt das die auch an? Ich hab keinen Schimmer, ey. Ich hab das auch nur einmal gespielt. Ich hab mich da jetzt auch nicht großartig informiert oder so. Ja, aber wie hast denn du das gemacht, dass du überlebst? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Ich hatte auch nicht so viele Viecher. Ich weiß nicht, ob die da reingepatcht haben, dass das plötzlich so... Masse, wo ist meine Leiche hin jetzt? Da hinten. Boah, Alter, ey. Das wird ein Projekt, Junge. Ey, da haben wir uns echt was vorgenommen. Okay, wachs. Aber ich glaub, es wird geil. Oder, Leute? Ja, ich denke auch. So. Und jetzt... So, wir gehen jetzt da hin und hauen den Fett auf die Fresse. Alter, das ist schon der erste. Ich stürz mich in Kampf, Marcel. Ich hab kein Leben mehr, ne? Ich brauch was zu essen, sonst kann ich auf das Rohrfleisch treten. Wow, die sind alle nackt. Marcel, die sind nackt. Oh, oh. Fuck, fuck. Ah, mein. Mem. Mem. Einer von denen ist richtig low. Oh, ich hab gar kein Leben. Komm, lauf zurück zum Flugzeug. Zum Flugzeug. Scheiße. Aber ich hab dem einen ordentlich gegeben. Aber... Ah. Ah, da Kaninchen hier. Ist im Stein verschwunden, das Kaninchen. Ja. Boah, jetzt sind wir wieder bei unserem anderen Lager. Oh, Mann. Dann bauen wir uns jetzt hier auf. Wir müssen hier... Ey, die sind hier irgendwo in der Nähe. Wenn hier ne Höhle ist, die können nämlich auch in Höhlen sein, ne? Oder die Hauptlager sind in Höhlen. Ich hasse die. Oh, Mann. Nein, Marcel, nicht dein Ernst. Ist jetzt... Ja, egal. Ist ja hier in der Nähe. Also, ich bin jetzt fünfmal gestorben in dieser Folge. Das hab ich auch voll gespuckt, war das war eklig. Guck mal, ob jemand im Flugzeug ist. Scheiße, ey. Ich regeneriere grad Leben. Wenn man vollen Magen hat, regeneriert man wahrscheinlich Leben, ne? Hier sind so Orangen, ne? Ich ess die einfach mal. Oh, Gott. Ich hab grad wieder dringen gehört. Dann sehen die einen immer, ne? Die Arschlöcher. Ich weiß das nicht. Ich... Ich will... Ein Lager. Guck mal hier, das haben wir fast... Okay. Hier brennt's immer noch vom Molotow angeblich. Seh aber nichts. Alter, was sind denn hier für Viecher? Ich glaube, Alter, unfassbar, was die gemacht haben, was die ich letztes Mal gespielt hab. Irgendwelche Waschbären und so ne Geschichten. Ich brauch Steine, Marcel. Fuck, 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 fuck. Da kommen wieder welche zu dir, glaub ich. Zu mir? Mhm. Die laufen auf jeden Fall in deine Richtung. Ey, ich baue jetzt hier erstmal die scheiß Hütte zu Ende, ey. Okay. Das kann echt nicht wahr sein. Wir beenden erst die Folge, wenn wir ne Hütte haben. Dass das klar ist. Hier ist noch ein Stein. Hä? Ihr fuchtelt die ganze Zeit irgendwas. So, ich hab zwei Steine. Nice. Damit ist die Hütte fertig, Marcel. Boah, ey. Juck mir die Hütte. Juck mir die Herze, ey. Ey, juck, juck Riki. So, fertig. Shelter. Safe game. Ja, jetzt können wir das auch erst abspeichern, fällt mir gerade, ja. Äh. Versuch jetzt mal nicht. Mit, mit, mit. Ja, dann speichern mal. Wie speichert man? Ja, indem man schläft. Oh nein, aua, nein, nein, geht weg. Ja, genau das meinte ich halt. Ich versuch jetzt nicht. Ey, die haben hier irgendwo ein Nest. Ich hab mich festge... Mann. Marcel, was ist denn jetzt? Ich muss meine Leiche holen. Die sind wieder bei... Die sind bei uns zu Hause. Ich weiß. Also, ja, du wolltest das Haus zu Ende bauen. Ja, das war... Das war eine Zwischenzeit. Die sind ja überall, überall, egal wo wir hingehen, sind die ja. Wollen wir einfach mal ganz weit weg, wie groß ist denn die Welt? Ich hab da keine Ahnung. Also... Ja, dann lass uns mal ganz weit weg einfach gehen. Okay, nur ich. Wir können jetzt speichern, dann speichern wir jetzt. Ja? Okay. Wie speichert man, Marcel? Ja, schlafen, immer noch. Ja, in dem Haus, oder was? Aber ich stand da eben davor, wollte schlafen, hab eh gedrücken, nichts passiert. Ja, weil wir wahrscheinlich zu zweit schlafen müssen. Brammen spielt jetzt COD übrigens. Ja, das gibt's ja nicht. Das ist ja interessant. Doch, bei Roller. Ach, wir müssen zusammen schlafen? Ja, wie bei Minecraft. Mit gehe ich davon aus. Können wir da jetzt einfach dann hinsprinten, kurz schlafen, auch wenn die da stehen? Ich weiß halt nicht, ob die zwei... Siehst du mich? Okay, so, ich hab mir jetzt meine Sachen wieder geholt. Irgendwer fuchtelt hier die ganze Zeit. Mal weg, du Affe. Ich krieg' ich. Hallo, Joachim. Joachim! Ich hab' ihn! Nice. Geil. So, Joachim, das war's. Das war's mit dir. Okay. Oh, da ist noch ein Joachim? Bin ich. Also, ich bin auch... Oh, da ist ein Joachim. Achso, so. Echter Joachim. Ach, den hat du die Schlimmsten. Ich sage dir... Ja, ich hab' ihn. Günther. Günther. Ich hab' ein Seil gefunden. Episch, Nonnenseil. Können wir bestimmt irgendwas geiles draus bauen. Aber Marcel, die sind bei uns zu Hause. Ja, dann müssen wir halt umziehen. Wir brauchen jetzt... Ich guck' jetzt in das Scheißbuch. Waffen. Scheißbuch. Warte, wo ist denn hier... Wo sind denn Waffen? Du kannst zum Beispiel einen Stein an den Stock binden. Das weiß ich. Dann hast du eine Waffe. Aber du kannst auch Äxte finden und so eine Geschichten. Also, das... Traps. Traps ist doch gut. Ja, aber da müssen die da reinlaufen. Was ist denn? Das sind Fallen. Ähm. Ich find' hier das Menü nicht mit Waffen. Ach, hier ist es auch Step by Step. Ah, verstehe. Doch, da bin ich. Oh, Marcel. Ey, ich weiß das. Ah, hier. So, äh. Hier. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Ja? Was ist... Was sind denn Effigias? Effigias? Da können wir... Äh, Alter. Da können wir voll deren Köpfe aufspießen. Ja, ja. Ja, das sind so... So Abschreckungen. Zum Abschrecken. Alter, dat brauchen wir, Junge. Ja. Warte, haben wir einen Kopf? Ich hab Beine. Ich hab nicht mal raus. Vielleicht soll... Warte, nein, wir müssen ja erst mal die abschrecken. Ich hab einen Arm und zwei Beine. Na ja, gut. Wenn du das gerne möchtest, dann brauch einen Stockkopf. Ja, nee, dafür brauch ich einen Kopf. Ja, dann hättest du einen sammeln müssen. Okay, Marcel. Was ist jetzt der Plan? Ich weiß es nicht. Wir können die da jetzt wegschlachten. Guck mal, die sind da gar nicht mehr. Lass uns da jetzt einfach hingehen und schlafen. Ja, das hast du jetzt schon viermal gesagt. Ja, aber bisher waren ja die Monucken da immer noch bei uns. Okay. Okay, go. Go, go, go. Ja, aber die können halt auch während wir schlafen kommen, glaub ich. Nee, dat wär scheiße. Da können wir ja uns nicht wehren. Ja, dann werden wir wach. So. Bist du da? Und jetzt? Ach, C. C. Nice. Bei mir ist jetzt alles schwarz. Bei mir auch. So, fertig. Okay. Scheiß Baum. So, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die Folge erstmal. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden es nicht so weit schieben. Oh, da ist wieder einer, Alter. Du, 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 die ziehen nur vorbei. Alter, die haben auch eine Fackel, die Arschlöcher. Okay, Marcel. Da ist eine Schildkröte. Oh ja, seht ihr die? Wir überlegen uns was für nächste Folge, Leute. Wir informieren uns vielleicht jetzt auch ein bisschen. Aber war doch lustig. Oh, schon. So, tschüss.